meine lieben hier ist kerstin von wölfchens bastelstube heute habe ich euch hier eine ganz tolle glückwunschkarte mitgebracht ich habe mit velum gearbeitet velum quicktick glückwunschkarte so habe ich meine karte hier genannt und die kann man wirklich für jeden anlass einsetzen glückwünsche kann man zu jedem anlass aussprechen also von daher fand ich das hier wirklich ganz toll und ist auch nicht so viel aufwand ist ganz schnell gemacht und wie die gemacht wird das zeige ich euch jetzt ich habe schon mal ein schmierpapier hier untergelegt und habe mir hier auch ein spruch ausgestanzt herzlichen glückwunsch das finde ich richtig schön mit diesen eingestanzten buchstaben und die sind von wie soll es heute sein charlie and paulchen herzlichen glückwunsch also das sind die standformen grußtexte aber wie gesagt ich schreibe euch alles wie immer unten in die infobox so es geht jetzt hier um unsere grundkarte die hat ein maß von 21 x 14,85 in der mitte gefalzt bei 10,5 das ist die grundkarte und da habe ich mir hier einen präge folter rausgenommen den könnt ihr ja nach eurer wahl nehmen ich habe mir das mit der schönen rose und so könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen genau und ich habe mir Wellumpapier zugeschnitten das hat ein maß von zehn zentimeter mal 14,4 zentimeter und habe dann mir dasselbe auch mit einem weißen farbkarton ausgestanzt zugeschnitten entschuldigung und habe das dann beides so übereinander gelegt und durch die stanzmaschine gedreht da ist dass da wird das Wellumpapier nicht so verletzt ist wirklich eine schöne prägung dann da drin und das hier kann man ja ganz wunderbar auch für die nächsten karten verwenden entweder lässt man das so weiß oder man koloriert das wir wollen aber hier kolorieren das war ein stichwort und ich habe mir dazu einige stempelkissen rausgesucht einmal hier in ganz hellem lila dann in amethyst das ist fräse lila so heißt das amethyst und hier habe ich einmal orchideen also drei verschiedene lila töne und ja jetzt legen wir auch los ich fange mit der hellsten farbe an hier mit dem fräsen lila und benetzt mein blending pinsel und gehe hier oben ganz einfach so schön leicht hier über mein wellumpapier und färb mir hier das wellumpapier ein ihr könnt nur leicht drüber gehen oder auch etwas kräftiger dann werden die blumen oder eure muster sage ich jetzt mal sehr kommen dann schön richtig gut dabei raus so das reicht mir auch hier schon für meine helle seite ich mache ja drei farben so und jetzt geht es weiter mit dem amethyst das wird mein mittelteil und da gehe ich hier so schön mit ein seht ihr ist das nicht traumhaft schön also ich finde das wirklich ganz ganz bezaubernd so da könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr farbe aufnehmen genau so und so guter letzt haben wir unser orchideen leder und da machen wir unten den rest hat schiebt das mal ein bisschen höher dass ihr das auch genau sehen könnt so seht ihr jetzt haben wir hier das orchideen lila und das kommt richtig schön raus hier bei unserem motiv vielleicht habt ihr genauso wie ich so viel prägevoll darum zu liegen und ja man benutzt die eigentlich ganz selten also ich jedenfalls benutze sehr selten oder denke ich du kaufst dir das und benutzt das so wenig und deshalb ist mir das in die hände gefahren und ich denke ja jetzt machst du mal was mit bellum geht schnell und so eine freige freude hat ja sag mal fast jeder von euch zu hause da schaut ihr einfach mal was ihr da zur verfügung habt das sind hier zwei verschiedene seht ihr muster und ja was ihr da so gerne machen möchtet so dann können wir uns das ganze hier schon einmal auf die grundkarte aufkleben dazu nehme ich bei bellum papier flüssigkleber ist ein logo geht nicht scheint durch und hier nehme ich so ein kleberoller und den setze ich mir hier in der mitte so drauf genau und hier am äußersten rand gebe ich hier nur so eine kleine kleine punkte so und dann setze ich uns unser eingefärbtes wellung hier einfach so schön mit drauf genau bisschen andrücken hier das ganze seht ihr und ihr seht keine klebe stellen hier und das ist schön befestigt und mein spruch herzlichen glückwunsch hier habe ich auch dieses schöne kräftige amethyst lila genommen und das setze ich mir jetzt hier drauf dazu nehme ich mir hier einfach meine abstands jetzt und klebt die hier so mit drauf drei stück sollten auch reichen so trägerfolie noch abziehen und das ganze dann hier einmal aufkleben so ich nehme hier die seite so schaut mal und schon habt ihr fast die karte fertig also wie gesagt eine schnelle karte ich nehme mir hier noch ein paar schöne glitzersteine straß steinchen und ich finde die müssen auch immer sein bei so einer schönen karte das wertet das ganze hier noch einmal so ein bisschen auf schaut mal ist das nicht wunderschön das ist doch traumhaft schön oder ja meine das woche da wirklich eine ganz schnelle karte aber wunderschön gearbeitet manchmal ist auch weniger mehr so dann wünsche ich euch ganz viel spaß beim nachbasteln und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder halt stopp wenn ihr meinen kanal noch nicht abonniert hat dann macht das doch jetzt dann verpasst ihr auch kein video mehr und der kanal ist kostenlos aktiviert dazu die kleine glocke dann bekommt ihr jedes video aufgeploppt bei euch ich sage dann tschüss bis zum nächsten video eure kerstin tschüss ja Untertitelung des ZDF, 2020